Überraschung! Tolle Überraschung Hallo Leute, wir sehen euch hier Diesmal ne Runde competitive mit allen Hallo Wer deckt wo? Ich deck So wie immer Apo, wir beide da rechts Ich und Apo wie immer rechts Wir sind rechts Mille deckt hier bitte Ich kann die Map nicht Und Velani, der deckt immer Der deckt ja mit Robert außen Geh nicht zu weit nach vorne, Robert Ja, okay Das würde mal rechts gehen können Ich dachte, ja, scheiß drauf Ja was Zwei Zwei Ja, Yolo Mode, Junge Yolo Code Ha, er gibt mir die ganze Zeit, was für ein Arsch Ja, hör auf die ganze Zeit offensiv zu gehen, bringt doch nichts Er kommt Ja, einen hab ich Der kommt Er smoked Ja, ich seh nichts Jonas Ich hab nur noch 3 HP Mehrere Steps Ja Ich auch Wille, guckst du bitte? Ja Ja, vorne weg, Robert Oh, der steht da, der steht da, ich schieß doch nicht Ja Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll Nein, bloß Oh, Velani kommt Er ist nämlich außen jetzt bei Velani Ja Oh, Mülle Ja, jetzt ist er an der Ecke gedrängt Go, go, go Ich darf da eh nicht mehr zu retten, die Bombe Bombe? Äh, Geisel meine ich Entschuldigung Die armen Bombe will retten, ne? Die Bombe wurde befreit Mille Mille Ich hätte jetzt nicht sein müssen Mille Mille, ey, was soll denn das? Mille Mille Ich, ich kauf mir nix, ja Ah, okay Let's go Ja, jetzt geht's wieder weg sind Velani wieder außen Decken Ja Mitte höre ich Steps Boah, das war Velani Äh, Mille Geh mal da weg Er ist ja noch Ecke weg hinten Wo soll ich denn sonst hin? Ja, er gibt Instanator Das darf gut sein Mitte? Ne, ich guck Mitte, also, dass einer hier nicht hochkommt Sind zwei Stück Bitte, es sind zwei Ohohoho Der war schön Ja Oh Unten kommt einer rein Hehehe Ist der tot? Ja Letzte ist Mitte Letzte ist Mitte Terrorists win Jawollo Der ist gemildet Ja Hör 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 Ko-ka Ko-ka- Ko-ka-ka-baa-na Ja Sieht alles scheiße aus Ja, diese geilen Tüten über den Kopf, Alter Ja Let's go Kuckucksklar Schlubber, Schlubber um den Kopf gezogen Schlubber 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 Bei mir, links, einer Richtung Mitte, zweite Hab ihn gehittet Aua Mitte was? Ja, Mitte, hinten links Sorry Ja Warum hab ich auch immer so einen hohen Ping, ey? Wetter chillt ja irgendwann rein Ja, ich hör ihn Komm zwei Komm zwei Hatte Aua, fuck Ich hab dir gesagt Der ist hinter der Kiste Ja, der ist nach links hinten weg, oder? Nee, doch nicht Ich hab ihn Abhin Wo ist ne Leister? Ja Das war scheinz egal Der ist jetzt nicht Wer der jetzt nicht kriegt, ey Müller Nee, Robert Nee, das mein ich nicht Ich mach den Gärtner so lange, ne? Ich mach den Gärtner so lange, ne? Wie ist der? Der Ahiola Ja Ja Denk gleich noch, dass ein Anboard benutzt Ja Ja Da um Ich dachte ja nicht, dass er bei mir kommt, ich dachte ja einer deckt Mitte Scheiß auf den Miller, Junge. Der hat den Grafik von 600. Ja, YOLO-Mode, ja. Ich bin im Geist, ich habe genug Platz auf der Festplatte für das Video. Scheiß drauf, also müssen wir jetzt 16-0 machen. Da kommt einer bei mir. Zwei. Ich habe den ein paar Mal gehittet. Und Sniper. Ja, das ist aber nur ein Scout. Ja, ich weiß. Bei Miller in der Mitte. Bei Miller in der Mitte. Hier kommen wir. Oh, Miller, Miller. Zwei in der Mitte. Was? Zwei, komm hier. Ja. Ja, ich bin down. Fuck. Mitte. Mann, als ob er nicht stirbt. Ein Treffer. Die Runde war scheiße. Juni, geil sind da. Der hat mich umzwingt. Wo kam das denn her? Na, drübe da. Ah, da ist der Bratmacher vorbei. Wenn wir Bratmille grillen, fängt die Stimmung an. Da will jeder gleich ran. Da will jeder gleich ran. An Miller will keiner ran. Am letztesten Tag, ich will an Miller ran. Also, wollen wir nicht alle irgendwie an Miller ran? An Miller ist der Arsch. Was? 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 Alter, ja drück mir doch rein. Kein Ding. Oh, der hat mir jetzt 50. Elani, ich muss mal zu dir hoch. Ich habe nämlich kein Leben mehr. Der ist schon down. Was ist denn? Ja, sorry. Ich dachte es wäre einer. Mille, pass auf, Mitte kann was kommen. Ey, drei Stück da sind da. Drei Stück über die Apo. Oh, ich kann nichts machen. Ich kann nichts umher gegen die... Mann, da sind drei Stück bei der Geisel. Ja, pass auf. Guck da, Mille. Jetzt kommt einer runter. Ja, das bin down. Kann nichts machen. Dann wir, glaube ich, hinterher. Mit der Werner. Verleg mal mit drüber, die sind da drum alle. Zwei Stück. Die Geisel wird rausgeholt, glaube ich. Ja. Ich habe nur 18 HP und keine Rüstung, Alter. Der war nice. Er ist noch wegschwam. Beide Geisel wurden rausgeholt. Hä? Bei mir steht die Geisel... Wird befreit und der steht... Pass auf, Lani, dass er nicht gleich die andere Seite kommt. Komm mit der Geisel vor mir, ey. Hä? Wie hat denn der die Geisel hier rausgeholt? Keine Ahnung. Der hat ja Unsinn gehabt. Na egal, ich renne hinterher. Aber, keine Ahnung. Ne, hier ist doch noch die eine Geisel, oder? Aber die andere nicht. Da ist er wieder, Lani. Links, links. Oh, rechts auch. Links auch. Robert, wo die war's? Die sind in den Rücken. Fuck. Wer hätte die Geisel vorher töten müssen. Oh, war der scheiße. Ja, das Ding ist... ...was da zu viel gelabert wird. Tut uns leid. Abo, gib mir Rückdeckung. Ja, aber wenn die da instant durchrennen mit drei Mann, dann kann ich ja auch nicht viel machen. Ich regel das. Ich verschieb mit hier zu euch, ja. Weil... ...Wilani, ich schaff das alleine. Ach, du bist hier. Ja, ne, das bin ich nicht. Ja, dann sag das doch. Ich bin hier. Ich hab Steps, das ist dein noch? Ja. Dann durch. Aua. Ja, gib mir doch ein Handy einfach. Loi! Er hat mir auch instant gedrückt. Ja, ist wieder der Lust. Ja, GG Lust. Kommt doch, Mille, was machst du denn? Mille, was soll'n das, ey? Du mit einem geilen Teppich... ...Style... Das sind die. Nimm wahrscheinlich die Geisel aus der Scheune raus und gehen hinten rum. Nö, ich weiß. Ja, Steps, rechts. Ja, Steps, bei Mille. Rechts. Oh Gott. Was? Der andere rennt zum Spawnen. Der andere rennt zum Spawnen. Mille, ge... Messer. Messer, Mille. Und jetzt links rum. Ready! Da ist er doch... Ich hab keine Muni mehr. Gar keine. Mille, beeil dich. Läuf! Ah, Mille, Mann! Boah, dieser Milf, Alter. Ja, jetzt knall ihn doch um. Da ist er doch. Ja, geht doch. Und die Awe. Yolo. Ja, Awe. Habt ihr keine gesehen. Ah, fuck. Ah, komm, wir mal hier. War doch geschrien, Alter. Wunder, dass meine Mutter noch nicht drüben war. Let's go, my friends. Ne, Dings, ich achte Mille wieder. Dein Ding. Äh, stell dich doch mal in die Ecke, Robert. Lang. Oh, zwei. Ne, drei. Drei sogar. Oh. Ich bin weg. Haut da rein. Die kommen. Mille, du sagst an, ja. Lang als was. Ich höre Steps. Da ist einer am Raum. Ich höre Steps. Ja. Ja. Ja, der ist wieder links weg. Der Apo müsste den Gleis sehen. Lang kommt einer. Lang. Da war der Apo. Unten. Unten links. An der Mauer. Unter dir. Unter dir. Unter dir. Das ist der letzte Typ, der da steht. Robert. Echt? What the fuck? Was habe ich denn hier für Halluzination, ey? Sorry. Tut das so. Ah, meine Titten. Ah, guck er da. Also nicht mal. Hintchen. Rumm. Hintchen. Ah, toll. Jetzt muss ich das wieder ausblühen. Nein, Spaß. Wie sind die Erwachsene? Oh. Ich habe Batches gekauft. Aha. What? Dafür gibt es ein Messer am Rücken. Müssen. Brauche ich denn kein Skin mehr auf meiner AK-BTF? Oh, dann rechts. Half-half. Move it, move it. Drei Fleisch. Apo, jetzt gucken wir da wieder rein. Ich gehe da ja nicht nochmal rein. Da würde wahrscheinlich riechen, dass ich da nochmal drin stehe. No, bleib da in die Ecke. In die Ecke. Kommt was von meiner Seite aus? Ja. Ist perfekt. 1, 2. Ha. Was war das? Deiner steht Mitte. Hat mir von hinten gegeben. So wie du es magst. Ja, da habe ich nichts gemacht. Wer kommt? Jetzt. Lange. Lange. Bitte lang. Boah, Miller, Alter. Was ist denn das bitte? Die Schüsse gehen genau an die Schulter vorbei, so. Apo, 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 Apo. Apo, Apo, Apo. Apo, Apo, Apo. Apo, Apo hin, Apo. Apo, Apo, Apo. Bei mir. � Ja, das ist normal in dem Haus, dass du so knarrt. Das sind keine Steps. Hm. Das klang aber wie Steps. Ah, jetzt hab ich meine. Ohne Sinn, ne, dieser scheiß Bug. Ja, ich glaub nicht, dass du noch einmal hingehen solltest. Ja, komm. Oh, die kommen. Zu viele. Ich hab Angst, Apo. Ich auch nicht. Lang. Oh, hier! Einer ist neben mir! Fuck. Lang. Das war ja richtig inkompetent. Sohle, lang. Jaaa. Komm durch. Die Smokern wieder. Jaaa! Wir sind. Selber eingegeben, ey. Ist das nicht wahr? Oh, von allen Seiten. Ich konnte nirgendwo keinen Fluchtweg. Ich hab nicht gewusst, wo wir. Also bei Dustin sind sie alle. Was zur Hölle, Mann? Ey, legt mich am Arsch! Du wärst doch schon längst tot. Ey, da sind fünf, haben wir geworfen. Die eine. Filani regelt. Da sind dann noch vier. Schickeln. Schickeln. Oh. Ja. Hat keiner gesehen. Oh, ich hab keine Waffe. Ich brauch Sparrohne. Scheissrum. Robert, nicht wieder da? Wieso nicht? Weiß nicht. Hinten! Machst du! Du? Stimmt. Ne, Robert. Sag mal jetzt nichts dazu? Da kommt was. Vielleicht bei uns. Apo, wo bist du denn? Apo, wo bist du denn? Ja, ich kann nicht beide Seiten abdecken. Nein, guck doch bitte. Apo, wo bist du denn? Ja. Hast du dich erstmal gewollt? Wenn Mille, wenn Mille aus der Mitte rausgeht, dann guckt doch keiner mehr Mitte. Mille war doch Mitte. Ja, er ist aber weggegangen von Mitte. Ja, weil alles gesmoked war. Bin ich nur kurz in den Raum da reingegangen. Ja, deswegen hab ich kurz nach links geguckt. Ich kann da nicht die ganze Zeit nach rechts gucken. Ja, ist doch gut. Ja. Nicht weinen, IP. Bleib du auf der Seite mit Apo und... Links! Klar. Nein, ich guck die andere Seite. Rechts. Rechts sind weiter. Oh! 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 Das wird nichts wenn... Ja, gut ich hab mich jetzt bedeckt. Ich kann mich rechts nicht abdecken, weil die... Die wissen dass ich da stehe, werfen mir eine Smoke hin, kommen durch... Oder sie geben mir Instant Headder. Eins von beiden machen sie hier rechts. Ja, dann komm ich halt mit und... Äh, ne? Feuerlöcher. Hinten links ist einer Mülle, bei dir Mitte links. Zwei... Zwei sind da... Drei! Hammer! Wie kann er... Wie? Er schießt mich durch die Wand ab! Er kann mich gar nicht gesehen haben. Ja. Das sah ziemlich lustig aus. Oh, ich muss mir ne Kippe holen. Oh, was ist so ein Wot-Wot-Wot-Wot-Wot-Wot. Der stummt einfach nicht, diese... Aber bei mir läuft's auch gerade richtig abwärmlich, ey. Dresden führt 3-0. Ja... Ja... Keine Chance. Er wusste ja, dass ich drinnen bin. Die mussten ja nur auf die Tür kämpfen. Ähm... Ich kann mir nix leisten. So nicht. So... Gehen wir mal jetzt wieder? Ja... Zu irgendwo reisen. We must move! Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich werde von überall abgeknallt. Wenn du so weit nach vorne rennst, dann ist es kein Wunder, dass du stirbst. Es war doch nur bei Dustin! Nicht mal bei Dustin ein bisschen reiben darf man sich heutzutage mehr, oder was? Da ist einer wieder, Mille, links, bei dir. Oh shit, der Zerreiz! Was denn? Hm-hm! Du gehst wieder dahin, wo du gestorben bist. Ja, der ABP-Typ ist da noch! Der ist rechts von dir, Mille. Wahrscheinlich einer ins Haus rein, von unten. Hm-hm. Ich, zwei sind Mitte, die kommen gleich unten rein. Einer hat mich im Visier, der steht immer da, wo du stehst, Apo. Ah shit. Keine Chance. No fucking way. Ja, ich bin... Kacke. Dramacreen! Hier kommt die andere Seite. Überraschung! Toll überraschung. Hast dich richtig gefreut. Jetzt, Robert, geh nicht da noch mal hin. Ja, ich geh gar nicht irgendwo hin. Ich bleib einfach zuhause. Hab dich so genervt, oder machst du mal das gleiche? Sag ich dir. Guck' lang. Ich hab A, aber ich guck' lang. Oh, den hab ich noch nie gesehen im Skins. So ungeil aus. So ungeil aus. So, wo soll ich denn hin? Ich geh schon wieder. Ja, okay, dann bleib ich jetzt hier. Mille, du sagst an. Mille, du sagst an? Ja, ich bin ja wie unzend down. als ob du kannst du verlegen aber liegt im haus bei uns ich hab das gefühl die haben an irgendwas also es ist ja das hat aber robot ist schon zweimal gekillt oben oben ab wo von wo denn bitte bei mir hier oben auch hier alles zu kommen noch einer bei mir unten ich hab das gefühl die haben alle angemacht ja 2,7 na komm jetzt ist schon wieder der bug dass man keine skins hat ohne sinn warum sollen wir nicht die skins kaufen wenn man hier keine anmacht also bekommt die schießen schon wieder hier alle durch die fläche ja der sniper macht das die ganze zeit mit mille in der mitte hinten da oben rechts ist einer im haus wie bei mir mit arver mit arver nein hier rechts oben so ja ich weiß was ich nicht raus der arver zieht hier wo was noch einer ja natürlich nicht ist zu meis klatsch ich hab ne arver gesaved ich brauch es nicht ja wir brauchen nur eine arver pro team am besten ja ich kann ja hier lang äh hier mitte däffen ich nehme auch das mode mit oh ich hab ja schon ein smug Let's go! Ich geh hier an. Geht jemand rechts decken? Wollt ihr jetzt alle in der Mitte rumgeschillen? Jetzt ist es euer Arzt? Ja, ich hab doch ne Awe. Ich kann doch hier am besten decken. Ja, Mülle, dann geh doch rechts bitte. Weil sonst kommt mir gleich einer rein hier. The smoke. Gehittet, hitten links. Geh weg, geh wieder hoch, Dustin. Hey lol, ich hab ihn getötet. Nice one. Der Steps immer noch beim Smoke. Ja, natürlich, ey. Rechts, jetzt, jetzt. Ich hab die Awe down gemacht. Jetzt ist der Smoke da und er trifft. Und jetzt, du kommst mal kurz. Wechsel ich Position. Oberbleib durch. Jetzt kannst du wieder da gucken, wo du warst. Warum gehst du da noch vor? Er hat noch 3%. Ja, ich hätte ihn noch fast gekillt. Ja, ich hätte ihn noch fast gekillt. Das war ja noch. Na, ich geh zum Spawnen. Der hat noch 3%, was wolle er machen? Ja, ich geh zum Spawnen. Sips. Bitte. Ja, geht's doch. Wenigstens die letzte Runde noch gewonnen. Guck die Uhr! Alles klar. Dann gleich weiter mit der nächsten Hälfte.